Online Banking schnell und einfach mit Smart Tan Foto. Ihre Welt ist nicht nur schwarz-weiß, sondern bunt und vielfältig. Trotzdem soll sie möglichst sicher und einfach sein. Dann ist Smart Tan Foto das richtige Tan-Verfahren für Sie. Der statische Farbcode funktioniert zuverlässig. Schwankende Lichtverhältnisse oder Displayqualität? Kein Problem! So sind Ihre Bankgeschäfte im Handumdrehen erledigt. Im Online Banking füllen Sie Ihre Überweisung wie gewohnt aus. Jetzt stecken Sie Ihre VR-Bankcard in den Tan-Generator und scannen den angezeigten Farbcode. Stimmen die Daten auf dem Display mit Ihren Rechnungsdaten überein? Gut, dann können Sie die Tan jetzt verwenden. Fertig, schnell, einfach und bunt wie Ihr Leben. Smart Tan Foto